du fängst an ich fange an rex hallo liebe mein kopf freund herzlich willkommen im neuen jahr bei einer neuen aufnahmesession gut für mich ist es noch das alte jahr wir haben nämlich den letzten tag des jahres es ist jetzt 0 uhr und 8 minuten vom 31 12 2013 und man nennt diesen tag auch gemeinhin silvester ja die letzte aufnahme war zeitraffer wir haben nämlich viel gefahren und ja x so jetzt muss ich mal gucken wie das jetzt mit der sichtweite ist hier sieggeräusche nie quatsch sichtweite ist ja grafik 8 chance naja das ist ja in ordnung weil ich auf die richtung aus schnell ist eigentlich alles dafür da dass es schnell gehen sollte das hatte gerade schon wieder ein bisschen gehakt schwierigkeitsgrad kann ich gleich mal schwer stellen so jetzt gucke ich noch mal auch wirklich mein ja ein auto city nimmt auf wunderbar so jetzt gucken wir uns mal an was wir hier in diesen schönen kisten jetzt alles drin haben also ist nicht viel sand sandstein und holz 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 ich glaube holz brauchen wir erstmal nicht mehr sammeln immer auch noch sand 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 und mama alles mögliche so wie viel habe ich denn von der sorte nicht viel fackeln ihr habt ja auch gesehen dass ich dann bei der letzten aufnahme hier meine schon arg derangierten glück und effizienz schaufeln verzauberten dinger hier weggepackt habe das ist auch gut so aber ich möchte trotzdem ein paar schöne werkzeug noch haben deswegen mache ich mir mal hier und fackeln wollte ich auch noch haben deswegen mache ich mir mal wieder ein paar diamant krimskrams ja was ist das denn so jetzt haben wir es doch endlich diamant spitz hacken kann man auch gleich als waffe benutzen aber ich könnte mir auch mal diamant schwert machen warum denn eigentlich nicht so und ein paar fackeln okay das sollte ausreichen ihr habt ja auch gesehen dass sich ein neues intro drin habe so ganz hundertprozentig bin ich mit dem nicht zufrieden aber ich lasse erst mal drin ihr habt einen neuen download jetzt im alten jahr noch bekommen was wollte ich mir machen ein diamant ja schaut an ich habe mehr diamant als eisen und das ist auch ein großes problem so dann machen wir uns mal diamantschwert nachher hin das ist auch ein großes problem musik hat musik wo bist du machen wir mal musik an so playlist wieder eigene musik die von meiner schwester werde ich dann vielleicht übernächstes mal bringen oder nächstes mal wieder mal sehen also ich gesehen habe ich gehe doch mal wieder zurück was ich beim erstellen dieses intro videos und meines kleinen videos flog über die welt gesehen habe ist das ist doch relativ dunkel ist na wie viel los und haben wir denn noch 19 ja da können wir was mit anfangen 1 2 3 4 5 ja wir werden mal folgendes machen wir werden ein licht werden etwas licht brauchen hier licht bauen wollte ich sagen was ist das samt 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 machen wir denn den ganzen sand statt lassen nehmen wir erstmal den sand an sich oder oder nehmen wir den sandstein lieber mit nehmen wir erstmal den sandstein mit so und dann haben wir hier die steinziegel da machen wir uns noch welche davon und was habe ich noch gesehen das neue haus ist viel zu dunkel ich bin vorhin mal eben kreativ motto durchgelaufen habe mir die licht level angeguckt und wenn wir pech haben sind wir jetzt schon monster gespawnt das war in den letzten in den folgen da nicht so weil ich ja in der nähe war die sporn hier meistens nicht direkt neben mir sondern haben sie ein bisschen luft aber hier ist so ein niedriges level in allen etagen ist man doch draußen habe ich gehe naja naja gucken wir mal über überall licht dran machen da draußen ist auch viel zu dunkel nachts natürlich nur nicht jetzt am tage aber hier müssen wir alles alles ausleuchten die sind nämlich ein bisschen zu hoch da oben eigentlich habe ich gesehen naja man könnte es auch dran lassen aber wir müssen da unten drunter auch noch was machen hier fehlt auch nicht so da ist eine weg geflogen hier nehmen wir noch ein bisschen licht hin fackeln hin so und hier noch ein bisschen hier ist auch sehr finster hier ist so ich hoffe dass das dann irgendwann mal reicht gehen wir hier unten nochmal durch gucken alles nach hier ist auch viel zu finst mein gott also da muss man zügig was machen sonst gibt es ein böses erwachen hier geht es eigentlich aber das sind auch man sieht das ja die schatten oder was immer das sein soll auf dem boden so wie jetzt auch noch ein eine wohnung ja ihr seht das texture pack da ist schon wieder ich habe jetzt mal holzrahmen drin aber ich glaube ich nehme wieder den stein rahmen den sandstein rahmen den ich euch auch glaube ich im download mit drin habe mit reingepackt habe so zu beginn diese aufnahme möchte ich euch doch nochmal informieren über die neuen abonnenten wie gesagt alle kann ich ja nicht vorlesen es waren 21 in den letzten zehn tagen das freut mich und die letzten zehn lese ich euch mal vor und begrüße sie auch persönlich bett mummi lp oder mami lp winzl tv jan scheele grüß mit den walter dann oja marx tom karotte sebastian rauch dann kraft gaming hospice ja das sind dann die leute die nach dem letzten ins krankenhaus müssen lp 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 Ich habe ja gesagt, dass... Jetzt hätte ich ein paar Zäune mitnehmen sollen, aber ich kann mir ja noch welche bauen. Ich hatte ja gesagt, dass ich den wie ich noch ein bisschen machen will. Habe ich das gesagt? Weiß ich nicht. Ich dachte, ich hätte es gesagt. Dann sage ich es jetzt. So um 20 Zäunen kommen wir nicht allzu weit. Aber ich glaube, das reicht, weil wir so viele Zäune nicht brauchen. Wir brauchen vor allen Dingen Sandstein und Steinziegel. Denn ich will hier den Weg mal so ein bisschen schicker machen. So. 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 So ist besser. So. Dann haben wir den Weg hier auch mal schön angebunden. So. 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 Ja. Wir brauchen es nicht so nötig. Also Hunger leiden wir nicht. Wir haben ein paar Kühe geschlachtet. Ich möchte noch eine Hühnerfarm bauen. Das wird aber erst eine der nächsten Aktionen sein. So, hier muss ich mal ein bisschen abreißen. Der Weg wird ein bisschen verlegt. Und dafür bauen wir hier erstmal die Umrandung hin aus. Sandstein. Hoppsa, komme ich da nicht wieder raus. Doch, da komme ich wieder raus. So, Sandstein. Sandstein, komm her. Äh, ja. Das war jetzt auch raffiniert. So. Gleich geht die Sonne runter. Und wir haben heute mal wieder nichts geschafft. Wie das immer so ist. In diesem Let's Play hier. Hoppsa. Legen wir uns mal hin. Ich weiß nicht, wie ich die Folge nennen werde. Keine Ahnung. Äh, nenne ich die Folge. Keine Ahnung. Nein, sie nenne ich nicht. Keine Ahnung. So. Einmal. Das kriegen wir noch hin. Ist noch. Er genug. So, hier in der Mitte kommen dann die. Steine hier hin. Und ich kann auch noch ein bisschen Erde mitnehmen. Dann laufen wir mal zum Haupthaus zurück. Und dann werde ich mir noch etwas Erde einpacken. Röschende Monster. Ja, ja. Wenn wir Pech haben, ist dann da am Weg. Unter dem Weg, wo wir gerade so eine schöne, künstliche Hülle gebaut haben. Die ich jetzt auch nicht mehr ausfüllen kann mit Erde, weil es zu spät ist. Das machen wir dann anschließend. Wir brauchen wir. Ja, zwei Sticks sollten völlig ausreichen. So. Das war die erste Folge dieser Aufnahme-Session. Und wir legen uns mal ins Bett. Genießen den herrlichen Sonnenuntergang. Darf ich schon schlafen? Ich darf. Und ich darf. Ich darf. Und ich darf. Ich darf. Und ich darf. Vielen Dank.